Hi meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe eben für euch ein paar Videos abgedreht, deswegen bin ich noch geschminkt. Nicht erschrecken, dass ich ungeschminkt bin. Genau, ich sitze gerade im Wohnzimmer, lasse mir so ein bisschen am Ventilator mich abkühlen, da das so heiß ist. Also ich habe gefühlte 40 Grad in der Wohnung. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wenn es bei euch ist. Und ja, ich nehme euch so über den Tag ein bisschen mit. Ich gehe auch arbeiten und ja, Spannendes wird jetzt nicht so passieren. Ich gehe noch ein bisschen shoppen, dann nehme ich euch auch mit. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich gehe noch ein bisschen mit. 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 Ich mache gerade eine Maske. Wie gesagt, ich bin jetzt hier am Schneiden eines Videos für euch. Ja, also heute passiert nichts mehr Spannendes. Ich mache noch ein bisschen mit. Ich gehe noch ein bisschen mit. Ich gehe noch ein bisschen mit. Ich gehe noch ein bisschen mit. Und genau. Und ja, genau. Heute passiert nichts Spannendes. Vielleicht gehen wir zusammen noch einkaufen. Dann nehme ich euch live mit. Und ja, genau. Ich gehe noch ein bisschen mit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht ja lustig aus. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, der wäre echt. Komm, Elefant. Kannst du mal angucken. Ich dachte, der wäre echt. 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 So, jetzt sind wir in Tierfutterparadies. So, jetzt sind wir in Tierfutterparadies. Hi. Genau, ich nehme euch dann mit, dann beim Essen, da gibt es einen Weinkeller und den zeige ich euch dann später. Ich nehme euch dann. Ich mache euch dann mit. Ich sage, ich nehme euch dan! Und dann, wenn du dich, dannösen wir euch dann. Ich nehme euch dann! Ich nehme euch dann und ich nehme euch dann. Dann, wenn du dich, dann ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020